Hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche allen Zuschauern von RTV Achterhoek, BocholtTV und DonnerTV und David Lensing fröhliche und gesegnete Weihnachten. Den ganzen Team von Demovie Bocholt, den ganzen Team von Dahlia's Pictures, allen diesen Kanal regelmäßig schauen und natürlich allen Zuschauern von RTV Achterhoek, allen Zuschauern von BocholtTV, allen Zuschauern von DonnerTV wünschen wir fröhliche, gesegnete und schöne Weihnachten. Habt Spaß mit euren Familien zu Weihnachten und genießt die Zeit. Und ich wünsche allen hier fröhliche und gesegnetes neues 2015, einen guten Rutsch dahin und wir sehen uns im neuen Jahr wieder mit tollen, tollen Geschichten, das heißt Filmen und Serien. Und alle, die heute noch nichts vorhaben, gehen auf den Kanal von Manuel Borz, bei YouTube einfach Manuel Borz eingeben, dort gibt es Mal am Film ZD Movie, ab heute Abend 18 Uhr alle Folgen, von Folge 1 bis Folge 12 und natürlich einige, wie gesagt schon, Interviews hier zu finden. und die noch nicht genug gekriegt haben, können sich auch das Macking Off zu unseren 99 Sekunden Film anschauen und vieles mehr zu unserer Premiere von Wir drehen uns, aber wenn du Lust hast, schau mal rein. Ihr Zuschauer natürlich auch. Bis dahin und euch schöne, gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2015. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.